Abrechnung in Berlin auf offener Straße und vor laufenden Kameras. Hier stellt Schauspielerin Anushka Renzi ihren Ex zur Rede. Promi-Fotograf Carsten Sander macht sie noch auf das Kamerateam aufmerksam. Aber Anushka Renzi ist offenbar so sauer, dass ihr selbst das egal ist. Hintergrund, Carsten Sander war offenbar ohne Aussprache aus dem Leben seiner Freundin verschwunden. Als sich beide dann auf demselben Event treffen, kracht es. Vom Kamerateam auf ihren Partner angesprochen, sagt Anushka Renzi. Kein Partner. Ja. Das ist eine klare Ansage. 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 Du hast die Klareet gepflegt. Das ist eine klare Ansage. Das ist eine klare Ansage. Von dem man hat es das andere.